Natürlich gibt es einen Plan B. Wir werden Sie einversüchtig machen. Ich werde Ihr erotisches Interesse an dir wiedererwecken. Hey, guck mal, guck mal. Das ist doch wieder unser Architekt mit dieser, mit der, ähm, Feldbusch. Jetzt schaut sie rüber. Ich glaube, wir können jetzt anfangen. Also dieser Frank, der hat es ja wirklich faustdick hinter dem Freund. Nee, jetzt küss mich. Äh, von küssen war nie die Rede. Mir wird schlecht. Freit sich zusammen und zeig dir ein bisschen mehr Leidenschaft. Ich tanze tausend Schritte, tausend Schritte nur für dich. Ich tanze tausend Schritte, tausend Schritte nur für dich. Alle achten. Hm, bist ja ein Superküsse. Weißt ja gar nicht, wie sie dich verlassen konnte. Halt einfach die Fresse, ja? Hm? Halt einfach die Fresse, ja? Halt einfach die Fresse. 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 Vielen Dank.